Ich hab was vorbereitet. Jan, was hast du jetzt damit vor? Bist du bescheuert? Ja, das ist mir unfassbar unangenehm. Du denkst du nicht wirklich, dass es jemand die Tickets verkauft? Heiko, die Leute... Komm mit! Guck mal, Roman, das Ding ist, die Tour wird zu krass. Man muss sie auch dementsprechend promoten halt. Hör mal zu. Ich stehe hier seit 20 Minuten. Noch niemand hat auf dieses Tourplakat reagiert. Guck, 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 guck. Ehrlich, das bringt gar nix. Nee. Scheiße.